Neben unseren Online-Kursen bieten wir natürlich auch Praxiskurse an, wie zum Beispiel den Nature Guide Praxiskurs für Ranger und Naturführer. In diesem Video seht ihr nun einige Impressionen aus diesem Kurs und ihr lernt beispielsweise verschiedene Umweltbildungsmethoden kennen, wie das Interpretation oder auch das Storytelling. Dabei ist es uns immer wichtig, dass wir einerseits demonstrieren, wie diese Umweltbildungsmethoden aussehen, dass ihr aber andererseits auch ganz, ganz viele Möglichkeiten habt, euch selbst auszuprobieren und in Kleingruppen verschiedene Dinge zu erarbeiten. Außerdem lernt ihr verschiedene Möglichkeiten kennen, wie man Führungen gestalten kann oder wie man sie thematisch gestalten kann, also beispielsweise klassische Landschaftsführungen, aber auch Führungen mit gesundheitsförderlichen Elementen. Außerdem lernt ihr eine Nachtwanderung kennen oder auch, wie man eine Rallye plant und gestaltet. Ihr könnt euch auch mit den GPS-Geräten ausprobieren und eine eigene GPS-Rallye planen und auch Haipflanzenführungen sind natürlich Thema dieses Wochenendes. Auch da geht es darum, wie man solche Führungen ein bisschen interessanter gestalten und aufpeppen kann. Und ganz zum Abschluss gibt es natürlich auch ein nettes kleines Zertifikat.